Was ist das Prinzip der Kreislaufwirtschaft? Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist, dass kein Abfallstoff entsteht. Das heisst, alles, was ein Abfallstoff wäre, wird zu einem Wertstoff. Indem wir es wiederverwendet oder recycelt, können wir die ganzen Materialien im Kreislauf behalten. Was wir hier sehen, ist die Wasseraufbereitung des Hauses. Wir bereiten das Abwasser von Bad und Küche mit biologischen Prozessen auf und setzen das Wasser im Dachgarten für Bewässerung ein. Der Wintergarten ist auch unsere Heizung. Die Warmluft, die da entsteht, bringen wir über einen Wärmetuscher und Lüftung in Wohnraum. Und nachher wird sie dann auch noch für die Warmwassererwärme genutzt. Musik 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 Vielen Dank.